Moin Moin, Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft und zwar auf Erkundungstour. Große Expeditionstour, um hier uns mal wieder ein bisschen weiter in der Gegend vertraut zu machen, in der wir überhaupt leben. Wir dachten ja auch, vielleicht können wir Pferde oder so finden, weil bisher sind uns ein paar Esel über den Weg gelaufen. Okay, hier ist, sieht es aus wie ziemlich Ende im Gelände. Das war jetzt aber auch noch nicht. Ne, das war der andere Bereich. Also wir scheinen auf einer ziemlich großen Insel zu leben, würde ich behaupten. Es gibt aber bestimmt noch links oder rechts noch mehr neue Kontinente zu entdecken. Da muss man natürlich dann mit dem Boot mal komplett irgendwo rüberfahren. Ziemlich weit weg. Aber ich möchte eigentlich gar nicht so weit weg. Man fühlt sich doch eigentlich wohl hier auf der Insel. Das ist ja nur so neugierig, was es noch so gibt hier. Ich möchte auch gerne mal so ein richtiges Dschungel-Biom oder so finden. Halt noch nie. Gucken wir mal, da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Wollen wir hier rum oder nehmen wir den direkten Weg? Ich glaube, wir nehmen den direkten Weg, ne? Dann können wir ja nicht besonders schnell schwimmen. Gehen wir eben auf Tauchstation. Gucken wir mal, ob hier unten nicht irgendwas Interessantes ist. Manchmal kann man so auch unter Wasser spawnen oder so erkennen. Ich sehe aber nichts. Ich sehe hier nur so einen bösen Tintenfisch. Aber die tun uns einmal nichts. Weichen so grobflächig aus. Ich glaube, ganz verschlingen können die uns nicht. Schon so ein bisschen verdächtig. So, aber wie sieht es denn aktuell aus? Die Sonne geht bald wieder unter. Sollen uns hier ein kleines, eine kleine Nothütte bauen. So auf die Schnelle. So mal gucken. Was wir dann hier so zaubern können. Innerhalb von zwei, drei Minuten. Das nehmen wir noch weg. Hier sehen wir auch ein bisschen was. Die Blätter gehen ja sofort weg. Das brauchen wir alles nicht. So, dann nehmen wir mal helles Holz. Dann können wir hier vielleicht auch mal unser Lampffleisch endlich mal verarbeiten. Guck mal, wie groß soll das werden? Gar nicht so groß. Nur so, dass es reicht. Und so, dass wir es vielleicht auch bis über Nacht noch fertig kriegen. Komm, jetzt gehen wir einen weiter. Das wird dann der Eingang. Hier habe ich mir gedacht, lassen wir uns auch mal irgendwie ein anderes Holz in die Ecken packen. Zum Beispiel so ein Fichtenholz. Das brauchen wir auch gleich wieder. Hier, zack, zack. Zack, zack. Den auch noch. Na, so habe ich gesagt. Eine Ecke haben wir noch. 1, 2, 3. So, dann. Hier kommt die Tür rein. Ach, das ist unsymmetrisch. Naja, haben wir es ausnahmsweise mal unsymmetrisch. In die Richtung auch. Ja, das passt schon. So, zack, zack. Das machen wir dann einfach so. Fensterscheiben. Hatten wir doch glücklicherweise ein paar dabei. Aber nicht ganz fertig. Hier haben wir noch ein Fenster. So, wir brauchen schon mal eine Workbench hier irgendwo, damit wir uns Türen machen können. Und ne, jetzt rechnet das auch noch. Oh, ist ja eh glücklich. Was sind Fichtentüren? Naja, die sind hässlich. Was sind Eichentüren? Das waren die Runden, ne? Ja, das passt schon. Wir können uns jetzt durchgucken, reingucken. So, dann müssen wir hier noch mal zu Ende dicht machen. So, so, so. Das war schon. So, jetzt kriegen wir oben rauf eine Schicht Fichtenholz. Habe es gerade eben weggeschmissen. Und jetzt haben wir irgendwas anderes eingesammelt. So, komm, setzen wir erstmal schnell ein bisschen Fackeln. So, und einfach ein Flachdach obendrauf. Fichter haben wir gar nicht mehr so viel, ne? Für Fichter haben wir hier fast welche Eichen nehmen. Eiche haben wir hier ja gerade neu ohne Ende gekriegt. So, warum wir schnell ein trockenes Dach über dem Kopf haben. Ich muss auch überlegen, wenn wir mal da spitz zu laufen lassen noch. Oder einfach ein Flachdach machen. Ups. Was kommst du denn hier hin? Komm, damit es erstmal trocken wird, ne? Wir können ja da noch eine zweite Etage zum Beispiel draufziehen. Wir können auch ein zweites Stockwerk einfach drauf machen. Nur damit wir erstmal trocken bleiben hier. Ja, da komm mal nicht hin. So. Das mal eben weg. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal eine Kiste, ne? Ach nee, jetzt hab ich die nicht gecraftet. Das ist, wenn man es so schnell machen will. Ich meine, man kann das. Das ist ja, unser Inventar ist voll. Wir haben überhaupt keinen Platz mehr. Wir können gar nichts machen. Wir müssen irgendwas wegwerfen erstmal. Gammelfleisch. Glowstone. Einen Weizenkorn. Auch immer zusammen stacken. Kartoffeln so langsam. Auch noch nicht ganz. So. Das reicht aber, ne? Reiche. Eine Truhe. Die muss natürlich erstmal hier unten hin. Dann war ja unser Ziel eigentlich, hier ein Bett zu craften. Kleine Notbarhausen brauchen wir natürlich auch ein Bett. Eigentlich auch ein Boden, ne? Wir haben gar keinen Boden. Eiche brauchen wir hier nicht. Die Hake haben wir mitgenommen. Brauchen wir natürlich auch nicht. Wir pflanzen uns jetzt hier nichts Neues zu futtern an. Ach so, wir haben auch so einen Schrottbogen. Irgendwann mal eingesammelt. Der hat natürlich noch ganz gut Energie, aber mehr auch nicht. Jetzt behalten wir das Fleisch. Behalten wir. Lass uns mal schnell in den Ofen kleiften. Oder vielleicht zwei. Dann haben wir nicht mehr viele. So, da kommt jetzt aber das Fleisch rein. So. Also ich von hier jetzt nicht mitnehme ich das Granit. Das Holz haben wir noch nicht alles umgewandelt. Hier so ein bisschen. Jo. Hier unser Essen. Die Neuen müssen wir mal leer kriegen gleich. Dann ziehen wir uns hier mal hier runter. Holz. Wir brauchen wahrscheinlich für oben noch ein bisschen Eichenholz, damit wir die Außenseite noch dicht machen von der Hütte. Fichtenholz. Fichten sind hier in der Nähe gewesen, ne? Aber wir hätten das hier ein bisschen schöner bauen können, ne? Das ist auch wirklich, man kann es so sagen, man muss es auch so sagen, ist eine Notbehausung. Und wie wir hier die Nacht verbringen könnten, damit es wieder schnell Tag wird und wir weiter erkunden können. Türen schleppen wir mal nicht mit. Klostone, Staub schleppen wir auch nicht mit. Den Samen nicht. Das nicht. Einmal kurz durchgecheckt. Das andere kann man alles mitnehmen. So, gute Nacht. Gut geschlafen. Ja, wir haben sehr gut geschlafen. Die Sonne geht auf in der Richtung, also müssen wir in die Richtung auch weiterlaufen. Wie sieht es aus? Nacht. 17 neue Fleisch. Guck mal, da ist jetzt auch noch einer drin. Dann nehmen wir gleich die Kohle hier wieder mit raus. Ja, ein paar Schornen nehmen wir auch mit raus. Wir sind... Holz, Holz. Ah, viel Notholz haben wir jetzt nicht mehr. Macht aber auch nichts. Ist auch nicht das Hübscheste, was wir hier gebaut haben, ne? Wir haben schon hübschere Sachen gebaut. Und die letzten Eichendinger hier hinten. So ein Hochhaus am Wasser hat natürlich auch eigentlich was, ne? Oh, kleiner Babyzombie. Ich sehe schon, ihr klauen ab. Wir haben nicht so viel Zeit, auf euch jetzt zu warten. Wir wollen weiter rumkommen. Bisher, ja, weiß ich nicht. Zweite, dritte Expeditionsfolge. Wir laufen wieder weiter so Richtung Osten, wo die Sonne aufgeht. Ein bisschen Richtung Norden, glaube ich, müsste oder Süden. Ich weiß gar nicht. Südosten, Süd-Nordosten. Keine Ahnung, ey. Hauptsache, ziemlich weit weg von unserer Hauptbase. Wollen wir mal gucken. Vielleicht gibt es hier noch interessante Ländereien, die wir besiedeln können. Wo wir nochmal groß neu anfangen. Wo wir vielleicht nochmal eine neue Schäpe Hütte bauen. All sowas. Wo es natürlich echt hart wäre. Weil wir ja, würden hier so gut wie, ja, von vorn anfangen. Außer, dass wir super equipped sind. Und da also, was das angeht, keine Sorge machen wollten. Müssen wir natürlich alles wieder neu anschaffen. Hier, Holz, Steine, Gimstone, alles so und so weiter. Wir können es ja nicht einfach zurück zu unserer Homebase beamen. Das wäre praktisch. Aber ich habe gerade komplett auf Fackeln verzichtet. Was ist hier hinten? Die Schneewüste. Ist das nur so klein oder geht das dann noch weiter? Ach, das auf Eis. Sieht ja auch ganz interessant aus. Aber das wäre eigentlich eher Richtung Rückweg. Und noch sind wir dabei, uns weiter zu entfernen. Mal kurz mal gucken. Ja, genau. So entfernen wir uns weiter. Von unserer Homebase in Richtung da Eiswüste gehen. Eiswüste. Dann kommen wir wieder näher an unsere Base. Und eigentlich wollen wir ja mal so ein bisschen noch weiter wegkommen. Alter Schwede. Das war eine Aussicht hier. Sind wir gerade sicher? Ja, ja, ne? Also genießen wir die Aussicht und überlegen, in welche Richtung wir weiter wollen. Ein riesen Wald einfach nur. Hm. Vor allen Dingen, wie kommen wir denn am sichersten hier runter? Ich möchte jetzt in die Richtung einfach weiter. Irgendwie durch den Wald. So, rennen wir hier mal runter. Um dann gleich wieder hochzurennen. Aber zumindest haben wir es geschafft, ohne Energie zu verlieren. Können wir mal so ein bisschen Jump in den Rand üben hier. Ist ja auch praktisch. Ist ja immer nicht so meine Stärke. Hier bleibt man immer festgepackt. Hier wo wieder ein Blumenbiom. Blumen, Blumen, Blumen. Aber immer noch kein Dschungel oder irgendwie sowas in der Art. Mit riesen Dschungel-Mammutbäumen und vielleicht ein Dschungel-Tempel oder irgend sowas. Nichts zu finden, ne? Und hier sind wir natürlich sowieso gerade ein bisschen hauptlos verloren im Wald. Da müssen wir erstmal komplett uns durchkämpfen. Wir haben fast keine Fackeln mehr. Haben wir gerade eben bei der Hütte so viele verballert. Hier haben wir wieder unsere schicken Kaninchen. Und hier ist ein Ende im Gelände, wa? Wir haben auch ein bisschen Erde. Kann man versuchen lieber immer sowas hier zu machen. Ein bisschen üben. Okay, funktioniert natürlich nicht, wenn man keine Energie mehr hat. Dann müssen wir die letzten Kartoffeln fordern. Na, funktioniert auch nicht bei doppelt. Bei doppelt, ne? So, wo sind wir denn hier? Ja, ein paar kleine Inseln draußen vorgelagert. Auch ganz interessant. Oder kommen wir da jetzt einfach links rum und sind dann da? Eine kleine, einsame Insel. Ist natürlich gut was los an Krakengedöns. Ja, ich weiß, das ist echt nur einfacher Vorgelader. Das dauert eigentlich zu lange, ne? Ich hole mir ein Boot. Ich hole mir ein Boot. Dann brauchen wir, glaube ich, erstmal wieder ein Workbench. Macht sowieso immer Sinn, sowas auf Tasch zu haben. Und ein Boot war irgendwie so oder so, ne? Oder einfach nur so. Und da die ja auch relativ häufig immer schnell kaputt gehen, lieber gleich noch ein zweites. Und dann gehen wir in der nächsten Folge auf Bootsfahrt. Gucken wir uns dann an, ne? Also ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, hier beim Erkunden. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und würde mich freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, indem ihr zum Beispiel ein Bike hinterlässt. Bis dahin, schönen Tag noch, schönen Abend. Tschüss. Tschüss.